Wie viele Programmiersprachen und Technologien brauchen Sie, um Business-Anwendungen zu entwickeln? Und wie viel Zeit brauchen Sie, um seriöse Anwendungen zu entwickeln? Möchten Sie einen intelligenteren und viel schnelleren Weg finden, um Software für Web-, Windows- und Mobile-Anwendungen entwickeln zu können? Probieren Sie DataFlex aus! DataFlex ist eine sehr leicht zu erlernende Programmiersprache und Framework. Mit dem DataFlex-Studio können Sie per Drag-and-Drop Data-Aware-Controls im Visual Designer platzieren, um die ersten Ideen für Ihre Anwendung zu entwerfen. Eine einzige Zeile von DataFlex-Code umfasst dieselbe Logik, für die in anderen Programmiersprachen 100 Zeilen notwendig sind. Unglaubliche Anwendungen, in kurzer Zeit schnell produziert und ohne die Verwendung von mehreren Sprachen, Scripts und Techniken. Die Business-Regeln sind das Herz jeder DataFlex-Anwendung und werden in einem zentralen Repository gespeichert, das Data-Dictionary genannt wird. Wenn eine Regel geändert werden muss, dann wird der Code nur an einer einzigen Stelle geändert. Diese Änderungen sind aber für die gesamte Anwendung gültig. DataFlex-Anwendungen sind so einfach zu pflegen. Kompilieren, laufen lassen, testen und debuggen im Studio. Es ist alles enthalten. Eine Programmiersprache, ein Studio, das ist alles, was Sie dazu brauchen. Entwickeln Sie Ihre DataFlex-Anwendungen on-premise, in einer Cloud- oder SaaS-Konfiguration, wo immer Sie wollen. Nachdem Sie Ihre Anwendung ausgeliefert haben und Ihre Popularität gewachsen ist, werden Sie die beispiellose Sicherheit und Skalierbarkeit von DataFlex genießen können. Heute verwenden mehr als ein Millionen Benützer DataFlex-Anwendungen. Mit DataFlex entwickeln Sie Anwendungen, die zuverlässig laufen, schnell und einfach.